Ich darf euch hiermit herzlich willkommen leisten, bei dieser gemütlichen, nur kleinen Runde. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon viel Spaß an mir erkennen müssen. Jetzt in San Luca. Ubi, sag mal den Kaffee jetzt auf Ex. Den Kaffee auf Ex. Das schaffst du nämlich nicht. Und jetzt sag ich schon mal Prost für den fünften und seiten Hauptplatzzug. Hey! Hey! Herr Ubi, hey! Prost die Clareings noch! Miki Maus! Prost die Clareings! Miki Maus! Miki Maus! Live! Miki, Miki, Miki Maus! Miki Maus!